Technologie nicht durchgesetzt und woher stammt dieses Wissen, das von den Regierungen nach wie vor streng unter Verschluss gehalten wird? Das heißt, dass Menschen tatsächlich Untertassen gebaut haben und über besondere Antriebstechnologien verfügen, die der breiten Masse noch nicht zugänglich gemacht wurden. Auf der anderen Seite könnte man diese Sichtweise belassen. Auf der anderen Seite, die Birkenhobe, aus einem bestimmten Grund, auch bevor man mit der Galaxie, ist da drinnen auch enthalten, nämlich der Gedanke des Hyperraumes, des Überraumes. Nämlich, dass unser Universum nicht nur eine Wahrheit und eine Wirklichkeit ist, sondern dass sich andere Universen, nur die sind beschafft mit anderen Schwingungen, weil unser Universum ist die Schwingung der Materie. Das heißt, es gibt Lebewesen von einer anderen Galaxie, die sich auf der Erde befinden? Die sich sicherlich, aber die sich sicherlich dort bewegen, von woanders her, von irgendeiner. Vielleicht nicht an einer Galaxie, könnte es sein, aber auch von einer anderen Universumsdimension. Das macht aber dann die UFOs im Prinzip überflüssig. Weil, wenn es diese energetischen Punkte gibt, diese, ich nenne es einmal Dimensionstore, durch die wir gehen können und was anderes kommen kann, wie auch immer, zu einer bestimmten Zeit, bei der richtigen Zeitqualität oder wie man das auch immer nennen mag, wird. Das macht dann im Prinzip das UFO-Phänomen überflüssig. Für uns nicht, weil wir noch nicht so weit sind. Aber in dem Raum, wo Sie hereintreten, in diese Schwingung dieses Universums, müssen Sie sich dementsprechend so bewegen. Da brauchen Sie das. In der Materie? In der Materie brauchen Sie das, ja. Wenn Sie irgendwelche Schäden bewegen wollten, zum Beispiel der militärische Angriff, ja, dann können Sie unsere Materie nur zerstören, nämlich mit einer, kann man sagen, Geschoss-Materie, was immer das ist, ja. Also Materie gegen Materie, da brauchen Sie es. Da brauchen Sie diese, die Schwingung der Materie dieser Welt. Alles klar. Aber wenn Sie durch dieses Dimension und zwar zurückgeben, ja, da brauchen Sie das nicht mehr. Da können Sie sich, man sagt, entmaterialisieren. Aber das heißt nur, dass Sie die Schwingung ändern. Für heute ist auf jeden Fall Schluss. Es ist schon finster und es ist kalt. Aber ich bin mir sicher, es führt kein Weg mehr dran vorbei. Ich muss mich jetzt an offizielle Stellen wenden. Ich muss mir das jetzt anschauen, wie das seitens des Innenministeriums und des Verteidigungsministeriums ausschaut. Was Sie da für Statements abgeben können, wurden tatsächlich Flugscheiben in der Neustadt entwickelt. Das ist die Frage. Was nun tatsächlich wahr ist, steht in den Sternen. Die Degufo Österreich wird weiterhin jeder Spur nachgehen, um die Frage zu beantworten. Hatten wir tatsächlich schon Kontakt? Was. ENDE 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 Untertitelung des ZDF, 2020